Michael, was hast du getan? Ich habe nur versucht, den Menschen zu helfen. Aber das Heilmittel ist ein Fluch. Michael? Ich muss jagen, mein Verlangen nach Blut stillen oder sterben. Wir alle tragen Monster in uns. Es liegt an uns, sie zu kontrollieren. Was, wenn ich nicht kann? Michael Morbius. Du hast eine Gabe. Nicht wirklich. Unser ganzes Leben haben wir mit dem Tod gelebt. Wieso sollten Sie nicht zur Abwechslung spüren, wie sich das anfühlt? Akzeptiere einfach, wer du bist. Der Böse. Sie sehen ganz und gar nicht aus wie in den Nachrichten. Sie sehen ausgesprochen robust aus. Pilatus hilft. Heikutel 3 Heber